warum bin ich so dämlich so dämlich so dämlich so ausgesprochen dämlich so dämlich war ich nie willkommen zurück zu fobia liebe zockert youtuber ich versuche immer noch herauszufinden wie wir in den dritten stock kommen weil raum 303 da muss irgendwas rumliegen hier waren wir noch komplett falsch ich glaube jetzt mal mit der kamera durch alle stockwerke gerade weil ich irgendwie keine ahnung habe wie wir in den dritten stock kommen oder beziehungsweise in zimmer 303 müssen wir ja eigentlich hier zu 709 da müsste das irgendwie der schlüssel sein aber ich weiß nicht wie ich da hinkommen soll aha danke für den hinweis bringt uns aber auch nichts doch es bringt uns was weiter hier hier wir finden einen ich bin im siebten dann ist das der sechste stock ich will auch unter ich will auch unter nein ich bin ich nicht hat guck mal da hat es ist auch nicht weiter naja damit kümmert zumindest was ist denn das ein ring ihn zu knechten so dass ein speicherstand ja den brauchen aber auch nicht das brauchen wir schon eher pistolenkugeln was leuchtet denn da so komisch ich weiß es nicht glaube gar nichts so was haben wir hier nichts dennoch gucken wir hier natürlich mal mit der mit der kamera rum das bringt uns aber auch nichts gut ja aber jetzt nur irgendwas gefunden was uns überhaupt nichts bringt ach guck mal das noch so ein ding ist aber wie viel hat es davon das ist munition das ist keine munition oder das ist munition das ist munition das ist munition moment was ist das ein brecheisen nein moment wieso geht das nicht moment mal da ist doch wieviel nimmt das ding ein kann ich das nicht bewegen so passt das da nicht hin ich habe ein brecheisen was mache ich mit dem brecheisen es gab zimmer mit einer kette es gab zimmer mit einer kette wo waren die es gab zimmer mit einer kette hier oben war es nicht der fall wie viel munition habe ich jetzt da 51 wo ist meine wo ist meine schott schotti da sechs das ist jetzt nicht so pralle wo gab es denn jetzt wo gab es ein zimmer mit einer kette aber mit dem brecheisen können wir die kette wo sind wir gerade weggefahren wo sind die zimmer wir können noch mal speichern wo wir gerade normal sind wo war die zimmer mit der kette weg und gren Warriors unter bleiben warte da 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 ich habe schon wieder kein da ist schon wieder alles voll ne das war aber auch nichts mit der kette da da hier da 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 Warte mal. Ne. Okay, hätte mich auch gewundert. Eigentlich braucht man ja... Braucht man ja dann eher einen Seitenschneider oder sowas, ne? Können wir hier noch was ablegen, was wir nicht brauchen? Waren wir hiermit fertig? Ne, waren wir nicht. Wir waren eigentlich mit nichts fertig. Hier, das kann mal die Maschinengewehr kugeln. Die können mal gespeichert werden. So. Okay, was machen wir mit dem Brecheisen? Was machen wir mit dem Brecheisen? Ne, hier sind die 6. Naja, warum machen wir halt in die 6? Die 6 kommen aber nicht raus. Warte mal. Es führt immer eins zum anderen. Es führt immer eins zum anderen. Dann gibt es mir die Schotty... Äh, die... Das bringt uns aber auch nicht weiter, ne? Da ist wieder eine Kette. Bringt uns das weiter? Ich bin mir nicht sicher, ob uns das rein weiterbringt. Warte mal, aber vielleicht kommen wir hier... Da ist auch wieder eine Kette. Das geht ja alles nicht. Hier war... Keine Ahnung, was ist das hier? Hier waren wir aber auch schon. Hm, hier kommen wir auch nicht weiter. Aber wo waren denn der... Warte mal, wenn das hier der 7. Stock ist... Da muss doch irgendwo so eine... Wo war das Ding mit der blauen Sicherheitskarte? Hier? Das war die rote. Ah! Mann! Mann, mein Herz! Mein Kaschpa! Wo ist er hin? Kann man durch die Gitterstäbe schießen? Bin mir denn sicher. Hükhükchen! Das ist ein schlechter Jungen. So, ich halte sie. Was macht der da draußen? Na? Nein! Wir wollen überhaupt nicht mit uns spielen. Jetzt turnt der da draußen rum. Komm doch mal durch die Tür! Macht er nicht. Das ist nur der doofe Hase. Nein, 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 nein. Nein, nein! Aha! Jetzt ist er... Warum ist er denn jetzt am Weg? Jetzt ist er reingekommen. Super. Sag mal. Willst du mit mir hide and seek spielen? Nö! So ist gut. Sei ein lieber Zombie. Boah. So. Das ist auch rot. Das bringt uns aber nichts. Wo war die blaue Tür? Wo war die blaue Tür? War sie hier? Ne, hier war sie natürlich auch noch nicht. Wo ist die fucking blaue Tür? Bin ich denn hier auf einmal? Nein, nein, hier ist nix. Hier ist nix. Nein, nein. Eklig. Ähm. Wo? Ich weiß, es gab eine blaue Tür. Mach auf, Mensch. Da ist eine rote. Ah, die blaue. Da ist auch zu. Wo geht's hier hin? Ey, da war ich gerade. Wie super das ist, wenn man keine Ahnung hat. Hier war aber auch nix blaues. Aber es muss doch jetzt einen Grund haben, dass ich... Fletscher. Shit. Aber da passiert ja nix. Licht wieder an? Super, jetzt geht das Licht nicht mehr an. Doch, jetzt geht's wieder an. Danke für den. Bin ich denn jetzt hier? Weil ich war hier schon mal. Ja, ja, ja. Ganz locker bleibt. Da bin ich durch. Genau. War das hier? Hier war es auch nicht. Wo war die blaue... Warte mal. Ah. Diese Hand da hatte mich immer was zu bedeuten. Ah! Blau. So. Zum Henker. Nee, gib mir die Axt. Ich will die Axt haben. Okay, krieg ich nicht. Ähm. In welchem Stockwerk sind wir jetzt? Ich war an der 6, dann bin ich runter in die 5, gell? Warte mal. In der 5. 6, 4, 5, 8, 20. 6, 4, 5, 8, 20. 6, 4, 5, 8, 20. 6, 4, 5, 8, 20. 6, 4, 5, 8, 20. War das gut? Ha, ha. Wo ist das? Nö, nix besonderes. Gut. Ähm. Ammunition. Sehr gut. Wie fliehen die jetzt überhaupt? Bin ich in der 5? Ja, muss ja in der 5 sein. Ich hab ja da gerade das Richtige eingegeben. Ähm. Was ist das hier? Da, da, da. Da. Sehr gut. Alles cool, alles cool. Es ist hässlich, das Viech. Kann sonst, kann ich hier nix an, doch, wir können hier was aufmachen. Aha, Schachfiguren. Da hinten ist ein Schachbrett, aber man kann damit nix machen, insofern. Och, nö. So, ein Tresor. Da ist ein Regal, was eigentlich nicht da ist. Ja, okay. Das kann man auch nicht angrapschen. Warte mal, halt, was war da an der Wand? Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab das Bild runtergeschmissen. Was soll ich denn da machen? Hab ich, äh, ein Brecheisen? Ne. Das sind Schrauben. War ein Schraubenzieher? Oder wie? Oder was? Jetzt ist das auch da, oder was? In? Was ist denn in? Okay. In, out. In, out. Keine Ahnung, was das ist. Äh, ist hier auch noch irgendwas? Nein, nein. Nein, 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 nein. Irgendwo Zahlen zu sehen? 24. 24. Da ist keine. 19. Okay. 24. Ich brauch noch eine Zahl. 24. 19. Hier eine Zahl. Ne. Das ist fast richtig. 24. 19. Und die letzte Zahl. 24. 19. Es muss doch noch eine sein. Kommen. Kommen. An der Decke? Stimmt irgendwo an. Äh. 17. 24. 19. 17. 24. Rechts. 19. 17. 19. 17. 19. 17. 19. 24. 19. Das war falsch, ne? 19. Das war auch falsch. Was ist denn die erste? Das ist das Problem. 24. Rechts. 17. Links. Was weiß ich denn? Okay, wir probieren sie alle mal durch. 24. Ja, nochmal. 24. 19. Naja, halt erst 17. 17. 17. Muss doch eine sein hier. 19. Ne, warte mal. Mach das doch mal mit. So, 17 links. 24 rechts. Und die 19. 19 auch rechts. 19 und 24 rechts. 19 und 24 rechts. Äh. 24. Dann muss das hier die 17 sein. Und dann ist das hier die 19. Ja, das haut aber auch nicht hin. Haut nicht hin. So. Das muss ja die 19 sein. Ne, warte mal. Warte mal, das sagt mir ja, was es ist. Warte mal. 17 links. Ne, 24 rechts. Und 19 rechts. 24 und 19. Das heißt, die 24 oder die 19 müssen am Anfang sein. Und am Ende. Das heißt, hier die 24. 20. Dann hier die 17. Und dann da die 19. Und wenn nicht andersrum. Dann erst die 19. Ne. Das heißt, erst die 19. 19. 19. 19. 24. Oder mach ich was falsch? Falsch. Ha! Geht doch. So. Gib her. Ja. Danke. Brauchen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Wir können langsam mal noch was verbessern, ne? Mal hör auf damit. Mach das weg. So, warte mal. Was verbessern heißt? Verbesserung. Wie viel haben wir denn? Zwölf. Schussrate. Erhöht die Schussrate brauche ich ehrlich gesagt. Hier können wir vielleicht noch was verändern. Verringert die Nachladezeit. Verbessert die Schussgenauigkeit. Erhöht die Schusskraft, wodurch mehr Schaden verursacht wird. Das ist immer gut. So, was haben wir jetzt noch? Vier. Genauigkeit. Ja, komm, wir haben hier noch vier Genauigkeiten. So. Pistole. Super genau. Alles kaputt. Wie git. Und da sitzt... Ne, da sitzt keiner. Ist alles gut. Bin ich jetzt in der... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Irgendwas schleimt hier. Wo schleimt was. Wo schleimt denn was. Okay, da gehen wir nicht runter. Und da ist auch so kein Durchgang. Okay. Wenn ich wüsste, wo ich jetzt bin. In welchem Stockberg. Das würde mich unglaublich... Verruhigen. Wo denn? Wo denn? Da. Das war kein Treffer. Ich würde mal sagen. Das war ein Bot. Wo denn? Wo denn? Da. Platzt, ihr Viecher. Wo zum Henker bin ich? Okay, da brauchen wir einen Schlüssel. Den wir nicht haben. Okay. Gib. Okay, hier ist nix. Können wir noch kurz mit der Kamera durchgucken. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Nee, das... Halt! Das ist das da unten. Das ist doch was. Das ist doch was. Warum geht das nicht auf? Hier haben wir keinen Schlüssel. Warum haben wir keinen Schlüssel? Verdammt, danke. Sorry. Wir haben aber noch mehrere Echen. Da haben wir hier noch eine Möglichkeit. Also da sind wir gerade rausgekommen. Können wir noch hier runtergehen. Kuckuck. Nein, 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 nein. Gib mir die Knarre. Mach das Licht wieder an. Der Onkel möchte wieder was sehen. Danke. Weil... So. Bin ich jetzt genau? Ich will eine Stockwerkangabe haben. Okay. Wo denn? Ich hab was gehört. Ich krieg aber auch verdächtig viel Munition hier, muss ich sagen. Nö. Nö. Sehen wir hier vielleicht einen Aufzug? Nein, sehen wir auch nicht. Gut, dann gehen wir einfach jetzt erstmal... Wo kommst denn du her? Wollte gerade sagen, ich höre doch irgendwen stöhnen. Nö. Weißt du, die sind wie meine Schüler. Die sind in einer Sekunde träge wie die Pest. Und in der nächsten rennen sie los. Meistens, wenn die Stunde zu Ende ist. Klick, klack. Mhm. Mhm. Hm? Ich weiß nicht, wo ich bin. Wenn wir aber bald herausfinden... Keine Ahnung. Da hat einer das Wasser laufen lassen. Im WC. Ekelhaft. Das läuft doch über. Das schöne, teure Hotel. So. Nochmal kurz gucken hier. Sehen wir hier irgendwo was? Was heißt das hier? Ich kann doch kennen. Russo-Afrikanisch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich wusste, dass der wiederkommt. Ich wusste, dass der wiederkommt. Nein. Oh, ich durfte mich gar nicht bewegen. Da komm ich da Wo hat er mich Wo hat er mich abgesetzt Vor allem hat er mir meine Knarren weggenommen Zum Henker bin ich jetzt Hat er mich da liegen gelassen wo ich war oder First Floor Block B Ah da fehlt was oder Ja da fehlt was Da fehlt was Da fehlt eine Platine Das ist ja schon mal gut Da kommen wir auch nicht rein Da kommen wir auch nicht rein Da kommen wir auch nicht weiter Okay aber irgendwas muss man hier ja finden Da kommen wir nicht hoch Da kommen wir nicht lang Da kommen wir auch nicht lang Das heißt wir können eigentlich nur hier rauf Ihhh Das ist hier so rot Ja immerhin das Ja aber sonst kommen wir ja auch nicht weiter oder ich bin jetzt aber hier irgendwie eingesperrt jesus christ das klasse herr und find this damn 719 before comes back 309 wir sind im dritten stock 308 wir müssen die 303 das problem ist es geht er hier weiter runter dann sind wir an der zwei wo ich gar nicht hin will ist das richtig ist das richtig nö ich bleibe jetzt einfach hier stehen bis das licht wieder da ist danke hallo oder ist das ganze stockwerk eine etage tiefer gepullt hat natürlich auch möglich hier sieht es hier genauso aus ja hier sieht es genauso aus sehr schön unglaublich so aber freunde wie es weiter geht sind aber beim nächsten mal haha hier ist nämlich schon wieder aufnahmestopp bis dann denn euer mr fleck so so Vielen Dank.